Hexer, euer Hoheit, schenken wir uns die Titel. Sprecht frei heraus. Ihr hattet Zeit nachzudenken. Also, was meint ihr? Kann der Fluch von meiner Tochter genommen werden? Nein. Es ist möglich. Könnte der Fluch von allein zurückgekehrt sein? Unwahrscheinlich. Jemand muss ihn erneut gewirkt haben. Solltet ihr Erfolg haben, hätte... Hätte Adadan den Verstand eines Kindes? Das halte ich für unwahrscheinlich. Vermutlich wird sie sich an alles vor ihrer Verwandlung erinnern. Ihr haltet es für unwahrscheinlich. Das macht es nicht einfacher. Geralt tut alles Menschenmögliche, um den Fluch von ihr zu nehmen. Gelingt euch das nicht, dürft ihr sie töten, ohne meine Rache fürchten zu müssen. Bäh. Als ich euch das letzte Mal vertraute, habt ihr mich nicht enttäuscht. Habt Dank, euer Hoheit. Dankt mir noch nicht. Die Tochter töten. Wenn ihr erfahrt, wer den Fluch gewirkt hat, sagt es mir und keinem anderen. Solltet ihr erfolgreich sein, gewähre ich euch jeden Wunsch. Im vernünftigen Rahmen natürlich. Falls ihr sie töten müsst, tut es schnell und sauber. Wenn ihr aber scheitert und meine Tochter leidet, werden auch alle leiden, die euch nahestehen. Ja, aber ich dachte, wir dürfen die töten, wenn man das nicht klappt. Eine weitere Krankheit wütet in eurem Reich. Und die wäre Hexer? Ich habe eine Organisation untersucht, die als Salamandra bekannt ist. Meine Tochter ließ sich mit ihnen ein, das dumme Ding. Ich bereue, dass ich je fortging. Velerath sagte, ihr hättet ihre Reihen stark dezimiert. Das ist löblich. Ich kann doch davon ausgehen, dass ihr die Sache zu Ende bringt. Genau das habe ich vor. Eins noch, Hexer. Vergebt mir, aber ich ließ euch beschatten. Ich erhielt einen Bericht über euer Privatleben. Euer Hoheit. Ihr müsst wissen, dass ich das keineswegs aus lüsterner Neugier getan habe. Meine Spione berichten, dass ihr Merigold den Hof macht. Ich muss wissen, ob mehr dahinter steckt. Triss ist eine Freundin und geht euch nichts an, euer Hoheit. Triss und ich stehen uns nahe. Das heißt, das Gleiche. Aber das geht nur uns etwas an. Es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden, Hexer. Auch ich liebte Addas Mutter. Man verbot mir, sie zu heiraten. Ich hoffe, euch ergeht es besser. Wenigstens müsst ihr euch als Mutant keine Sorgen wegen einer Schwangerschaft machen. Wenn ihr nach Visima wollt, sprecht mit meinem Kämmerer. Ich werde eine Weile nicht im Schloss sein. Wendet euch an Wählerath, wenn ihr noch etwas habt. Das werde ich tun. Lebt wohl, euer Hoheit. Da wäre noch etwas, Hexer. Ja, euer Hoheit? Es ist, ähm, nun ja, vertraulich. Und deshalb müsst ihr schwören, dass diese Worte niemals nach außen dringen werden. Ich werde sie mit ins Grab nehmen. Meine Spione haben mir erzählt, dass ihr Poker spielt. Und, äh, ja, es ist schwierig, bei Hofe würdige Gegner zu finden. Sie fürchten, ich würde sie köpfen lassen, wenn ich verliere. Wollt ihr spielen? Süße, ach, okay. Ähm, ja, aber ich habe mich wohl an der Haarfarbe geirrt. Und zwar dachte ich erst im, also ganz, als allerallererste, allerallerallerallerallererste Intro, dass das Twist ist und nicht Adder. Das ist anscheinend Adder gewesen, oder wie? Hä? Oder bin ich jetzt verwirrt? Was Adder dieses Vieh? Weil wir die Krankheit besiegen müssen nochmal. Ich weiß es einfach gar nicht, oder? Was? Ey, du Schwanz. Hint einfach mal. Ist das besser? Was, der täuscht alle um. Ist ja doof. 2000 Jackpots, super. Haha. Geil. Wenn ich das jetzt gewinne, im ersten Durchzug boah, dann werde ich mich freuen. Endlich mal was. Huh. Warte, ein Paar nur, ne? Ich darf noch ein Paar, aber... Zwei Paar, ne? Hat er schon da auch. Hm. Ist also klar. Sie wollen es einfach nur knapp haben, oder? Oh, ganz... Ey, das ist doch unfair. Warte, ich versuche mal, alle sechs zu bekommen. Oder wenigstens drei Sechsen. Nein. Hm. Ich hab' verloren. Kacke, warte mal. Ich hab' ja davor geladen. Ich laber' das einfach jetzt alles durch. Aber wie lange dauert das denn immer, bitte? Hallo? Ach. Die Ewigkeit lebt das so lange. Geht das so lang. Hex, euer Schenk, es könnt und soll ihr ihr ab. Dank mir soll ich gut, euer Hoh und ich meine Willen eins, euer Hoh, ihr müsst. Triss es manf, wenn es wieder, ja. Es ist ich, meine und die Fürstwollt, ihr sch... Lalalalalala... Weißt du, es gibt's schnell, ne? Weil es ist ja ein Glücksspiel. Ich lasse mich nicht hier betucken, weil es so ein Glücksspiel, ne? Ist dir das klar? Ja, toll, ich hab' sechs ge... Hab' du und jetzt hab' ich hier sechs gewöhnt. Ich hab' das zu ihm bekommen. Ey, der ist ja außen... Ja, komm! Ich hab' zwei Doppelzünder in der... Ja, 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 hey. Okay. Wie viel Geld hat denn der Opa? Das weiß ich auch, warum der nicht alles in der Trube hat. Ey, was ist das denn für ein Blutsuppenspiel, alter? Ich wollte mich hier voll verarschen. Ach, komm, geh weg! Ja, komm! 4, 2, 1... Ich regiere einen langen... Ja, du regierst mein Arschloch. Ganz im Ernst. Oh, wenn ich so eine Scheiße sehe, die mich ganz betucken wollen, ne? Also... Da frage ich echt, ähm... Ja, was ist das für ein Scheißglück? So kann ich es auch abgesetzt, ich finde das für ein Scheißglück-Spiel. Hex, euer Schenker ist fernloser, ihr habt also ich gut, euer und ich hab' meine Wille in der Eins, euer, ihr müsst. Chris, ey, Mann, wenn es da wäre, es ich weh' meine und sie fürschwollt' ihr. So. Ey, ich hab' echt ne' Pech, äh. Oder geht der 2, 2, 3, 4... Oh, okay, äh... Dann habe ich doch kein Pech. Mach dir nicht, hey, grad 3, 5... Der auch! Der auch noch höher. Ja, 4, 5, 4, 5, 4... Ach, 4, 5, 4, 5, 5, 5... Ich bin von Schwachköpfen umgeben. Nichts. Nichts. Ja? Nichts. Ja? Nichts. Ey! Nichts. Ey! Nichts. Gerald? Was, meint ihr, ist mit Alvin passiert? Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass er das Bild mit ihm überwinden kann. Viele Zauberer würden sich daran die Zähne ausbeißen. Er ist eindeutig mächtig genug, um sich überall hinzuteleportieren. Vielleicht sogar durch die Zeit. Okay. Ich muss gehen. Wer ist da gerade? Gerald? Okay. Antoinette? Ich höre. Darf ich nach dem Grund für die überstürzte Abreise eurer Vettern fragen? Ganz einfach. Das Herzogtum Toussaint bleibt neutral. Meine Landsleute bevorzugen Feste, Bälle und die Herstellung des besten Weines der Welt. Bälle. Klingt nett. Es kann recht langweilig werden. Grund. Natürlich wissen die Adligen in Toussaint nichts von Politik und Intrigen bei Hofe. Den Rest könnt ihr euch denken. Eure gelangweilten Vettern wurden Opfer der hiesigen Adligen, die Intrigen und dunkle Machenschaften schon mit der Muttermilch eingesogen haben. Exactement. Hoffentlich kehren sie sicher nach Hause zurück. Lebt wohl. Das scheint zufriedenstellend zu sein. Warte mal. Quest, Quest, Quest. Welche Quest? Quest, Quest, Quest. Oh, hier alles. Gibt's eigentlich immer noch? Ne, okay. Samt und Gold. Samt und Gold. Flucht aus dem Ghetto. Ghetto. Mac, hast du auf den Ghetto? Hammer.. Corn, wo du's hast? Falsch! Falsch! If you're on the camera… Falsch! 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 Ja! 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 Ja, ja! Ja! Ich möchte nach Visima zurückkehren. Seid ihr bereit, Herr? Ja? Wenig. Komm freigießen mal. Ich will... Ah, jetzt machen wir ein alt Besinn mal. Dann müssen wir ja auch dieses... Oh. Wie der angesprungen kommt, ey. Voller Baptister, ey. Ihr meistert das Kriegel. Ist momentan nix. Okay, dann... Gucken wir mal über der. Das ist hier direkt da. Ey, waren wir noch gar nicht. Stimmt. Film mir auch so auf. Blinderer. Zollt dann, da ist er. Warte, ich komm die Treppe hier runter. Ist besser. Die andere Treppe ist scheiße. So, da ist er. Was geht. Schön, dass ihr hier seid. Ich dachte schon, ich müsste die Stadt allein durchqueren. Ey, muss nicht. Ich habe mit Volltest gesprochen. Ich soll Ada von ihrem Fluch befreien. Sie jagt in der Stadt. Was habt ihr jetzt vor? Ich habe keine Ahnung, wo die Striege sein könnte. Lasst mich euch helfen. Vielleicht stürzen wir auf die Spur der Prinzessin. Gut. Wir müssen zwei Flüchtlingsgruppen in der Nähe einsammeln. Dann brechen wir zu Shanis Krankenhaus durch. Bereit? Bereit. Okay, jetzt. Danke. Danke, Zolltarm. Ja. Komm, nicht die Enge. Nicht die Rehzwingen. Ach. Ich bin zu fett. Gib nicht. Nicht die immer mehr Platz. Gib nicht. Geht. Ich number 10-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-6-6-6-6-7-6-7-6-9-7-7-6. Ich weiß nicht, ob der Königin nicht gegen uns ist. Oder er hat er... Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Warte, 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 w Verdammt, sie sollten doch hier sein Vielleicht verstecken sie sich irgendwo Sie sollten sich besser beeilen Die Ritter werden jede Minute hier sein Verdammt Ich höre einen fluchenden Zwerg Unmöglich, verdammt, absolut unmöglich Ich meinte nicht euch, Sultan Beeilt euch, bleibt nicht bei mir und diesen Hexer Wir holen noch eine Gruppe Kann man da rein, ey Tötet mich nicht Erkrankter Mann Zum Teufel mit allem Ich bin infiziert, bleibt weg Ach du Scheiße Zombie-Grippe Hier sind wir Pünktlichkeit gehört nicht zu den Tugenden der älteren Völker Pssst, Geralt Ich ahme das Paarungsgebrüll des Polartigers nach Treffen wir uns mit Zoologen? Wie sollten eure Freunde jemals das Brüllen eines Polartigers erkennen können? Wenn die ein ungewöhnliches Brüllen hören, dann wissen sie, dass ich das bin Bestechende Logik Das hört man auch an Ich hab's ja gleich gesagt In 400 Meter Hört auf, bevor ihr noch ein paar Tiger-Damen anlockt Da kommen sie Bleibt in der Nähe Wir gehen Richtung Kratzenhaus Die Stadt brennt Wir sind verloren Nein Das hoffe ich nicht Denn sind sie Ja Bastarde, du Na, mach mal hier Seid ihr hier auch zu sehr? Da Das braucht ihr Ich find die Elfen eigentlich netter, wa? Diese Anderlinge können einfach nix dafür, weil die so klein sind oder so Ich find der Orne eigentlich schon fast zu gut Komm mal hier, neuer Ich fümmert ihr euch Alle klingeln ein Hört auf Wir haben es geschafft Jetzt können die Verwundeten anständig versorgt werden Ich habe mich gerade an etwas erinnert Kennt ihr die Legende des Hexers Rabe und seiner Rüstung? Nein Kennt ihr jemanden, der so eine Rüstung herstellen könnte? Geht zum Zwergenschmied Er versteckt sich irgendwo in Alt-Visima Ich bin mir sicher, dass er euch helfen kann Schön Willkommen Ihr habt ein Krankenhaus eingerichtet Gut bemerkt Habt ihr einen Moment Zeit? Ich habe alle Hände voll zu tun Außerdem bin ich eures Vertrauens offenbar nicht würdig Wovon redet ihr? Von Alvin Ihr habt sehr deutlich gemacht Wer das Vertrauen eines Hexers verdient Und wer nicht Mit wem ihr von Zeit zu Zeit ins Bett steigt Und wem ihr ein Kind anvertraut Aber Genug Die Verwundeten brauchen meine Hilfe Aber wir können doch einen Dreier machen Meister Seid ihr ein Hexer? Bin ich Was gibt's? Meister Geralt Die Bestie ermordet die Leute Was ist passiert? Die Striege tauchte beim Turm auf Ich wurde geschickt, einen Hexer zu holen Fünf Soldaten mussten schon ihr Leben lassen Helft uns Welcher Turm ist es? Der Höchste in diesem Viertel Der, den die Skoyatel in Brand gesteckt haben Salamander Tut was ihr tun müsst Wir unterhalten uns spät Geralt Wie kommt ihr zurecht? Krieg ist abscheulich, Geralt Sämtliche Pläne, die man hat, gehen den Bach runter Erinnert ihr euch an unseren Plausch im Gasthaus? Ich kann mich erinnern, wie er angefangen hat Aber nicht, wie er ausgegangen ist Eines Tages wird es wieder besser Das muss es einfach Darauf trinke ich Okay Dann gehen wir mal raus Tandaka bleiben Ich trinke weh Bla 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 Das ist am besten Ich brauch euch gar nicht zu töten Hier kommt der immer wieder Und immer wieder Und immer wieder Und immer wieder Alter, zwei gegen einen Das ist doch unfair Hey, der war doch was am Boden Die Musik ist für mich cool So, wo ist denn das? Alter Wo ist das denn? Die Leichenberger Hier? Ah, ja, ja Wo ist das denn? Was bist du denn, Otto? Mutant Boah, der kann echt gut kämpfen Ich glaub, das ist das nicht gut So So Bis zum letzten Bluttreppen Alter, wie blöd stellt er sich denn bitte wieder an Eber, wie kann sie sich angenaßen, Auto Was macht der auf einmal hier? Hey! Hey, das ist doch schon mal euer Ernst. Ganz im Ernst. Das ist doch schmassen, Mensch. Boah, ey. Kann ich nicht angreifen, aber der schlägt mich da. Scheiße, ich bin noch hinterm Ding gewesen. Halt die Schnauze. Ah. Mann. Ja, jetzt macht er da was. Warum eben nicht? Hä? Ich meine, der ganze Zeit rumgespackt. Ich schwöre. Endlich ist das ungeheuer tot. Warum seid ihr hier? Ich hörte, die Soldaten kämpften gegen eine Striege. Daher wollte ich Vizimas berühmte Striegenprinzessin selbst einmal sehen. Das ist zwar keine Striege, aber dennoch interessant. Werdet nicht zu euphorisch, Kalkstein. Ich werde diese Soldaten dafür bezahlen, dass sie die Überreste in mein Labor bringen. Und später werde ich... Moment. Wenn das keine Striege ist. Was dann? Eine Kombination aus Alchemie, Genetik, Biologie und schwarzer Magie. Ein Mutant, wie ihr. Ich kann es kaum erwarten, das näher anzusehen. Wie ich? Ähnlich. Magie und Alchemie beschleunigen die Mutation. Die Nebenwirkungen sind praktisch unkontrollierbar. Es ist höllisch schnell und stark. Um das zu erfahren, müsste ich es sezieren. Ich denke, ich weiß, wer dahinter steckt. Wisst ihr, woher es kam? Die Soldaten sagten, es kam aus dem Friedhof im Sumpf. Nehmt diese Schriftrolle. Sie enthält die Formel für einen mächtigen Trank, der euch hilft, die Striege zu bekämpfen. Die Salamandra werden kühner. Beschleunigte Mutationen und Experimente an Menschen sind eine schmutzige Sache. Und alles basiert auf gestohlenen Hexergeheimnissen. Die ihr seit Jahren hütet, ohne der Versuchung zu erliegen. Herzlichen Glückwunsch. Na gut. Aber was ist mit dieser Striege? Wenn sich die Soldaten irren, ich hörte Gerüchte über gewisse Ereignisse im Sumpf. Was für Gerüchte? Macht schnell. Es heißt, in der alten Kapelle dort wurde eine Leiche gefunden, auseinandergerissen. Der Dickdarm soll anderthalb Meter lang gezogen gewesen sein, und die sechseinhalb Meter dünnen Darm darum gewickelt. Das reicht. Danke. Drei ... ... Drei ... Ah, warte.